Starke Saison. Sieht vielversprechend aus. Das könnte gefährlich werden. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Gut gemacht. Er schießt mit dem schwächeren Fuß und trifft. Und ganz ehrlich, Wolf, da wäre auch keine Zeit gewesen, sich den Ball noch auf die andere Seite zu legen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genauer anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Klar, sie freut sich. Die Führung, ihr Team setzt den Plan um, setzt ihre Taktik um.